Was ist denn? Ja, hast du nur ne Waschmaschine oder was? Ja, ich steh gerade davor. Ja, und du lässt dir doch nicht alles aus der Nase ziehen, oder? Ja, ist toll, hat alle Programme. Ja, und wie viel Umdrehung? Warte mal, wie viel Umdrehung hat er? Sie meinen Pixel? Oh. Über zwei Millionen. Hast du gehört, über zwei Millionen. Oha, nehmen wir. Einpacken. Mediamarkt. Ich bin noch nicht blöd. Das kaufe ich euch ab.